Moin Leute, Muzi hier und herzlich willkommen zum dritten Teil von den Vorgeschichten von allen Legenden in Apex Legends. Nachdem wir uns die Vorgeschichten von den ersten acht Legenden von Plata und Piscorstic angeschaut haben, schauen wir uns heute die Vorgeschichte von Octane, Watson, Crypto und Revenant genauer an. Zuallererst beginnen wir heute mit der Vorgeschichte von Octane. Der 24-Jährige namens Octavio Silver stammt von dem Planeten Psamafi. Sein Vater war ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied, also so etwas wie der Geschäftsführer der Firma Silver Pharmaceuticals. Octavio sollte der Erbe des Unternehmens werden, er hatte jedoch absolut kein Interesse. Stattdessen fand er Spaß daran, Online-Clips zu veröffentlichen, in denen er waghalsige Stunts und Adrenalin geladene Aktivitäten durchführte, die jedoch äußerst gefährlich waren. Eines Tages wollte er den Spießrutenlaufrekord brechen. Er sah, dass sehr viele Leute in Simulationen Granaten benutzten, um Rekorde zu brechen, also tat er es auch. Hierbei gab es jedoch ein Problem. Octavios Verlangen nach Adrenalin war so groß, dass er es nicht wie alle anderen Leute in einer Simulation machte, sondern es im echten Leben probierte. Wie zu erwarten war, endete alles in einem brutalen Unfall, bei dem er sich beide Beine stark verletzte. Er schaffte es jedoch, den Weltrekord zu brechen, wodurch seine Fangemeinde noch weiter wuchs, doch dafür bezahlte er auch einen sehr großen Preis. Als er nach seinem Unfall im Krankenhaus lag, sagten ihm die Ärzte, dass seine Beine nicht mehr zu retten sind. Seine langjährige, sehr gute Freundin A.J. Shea, aka Lifeline, welche zu diesem Zeitpunkt eine Kampfsanitäterin war, ist mit ihm auf Samarfi aufgewachsen. Octane sah dies als eine Chance. Er animierte Lifeline dazu, Dokumente für ihn zu fälschen, damit sie zwei bionische Beine bekommen. Octanes Eltern waren zwar reich, aber aufgrund seines lächerlichen Verhaltens weigerten sie sich ihm zu helfen, weshalb er einen anderen Weg gehen musste und eine andere Lösung finden musste. Trotz seiner Verletzung ist sein Verlangen nach Adrenalin immer noch genauso stark gewachsen, vielleicht sogar noch stärker. Aber er hat immerhin daraus gelernt, wodurch er die Granatenstrategie inzwischen liegen lassen hat, denn er verwendet nun ein Sprungkissen, um seine gefährlichen Stunts auszuführen. Außerdem benutzt er ein Stim, da ihm dies einen Adrenalinkick gibt, was auch der Grund dafür ist, wieso er immer so extrem aufgeregt und energiegeladen ist. Da er sich und seinem Körper mit seinen extremen Adrenalinkicks und den Stims jedoch sehr schadet, braucht es auch drastische Maßnahmen, damit er dies überleben kann. Er trägt ein sogenanntes Dualysis-Gerät, welches das Stim, welches er sich konstant zuführt, filtert. Das Stim hilft ihm jedoch auch. Er kann dadurch länger wach bleiben und Wunden heilen auch schneller. Was perfekt dafür geeignet ist, seine Fanbase zu vergrößern und bei den Apex-Spielen teilzunehmen und aufmerksam zu bleiben. Der Grund für den Beitritt zu den Spielen ist bei Octa natürlich ganz klar gewesen. Dort kann er weitere gefährliche Stunts vollführen und was noch viel wichtiger ist, seine Fanbase vergrößern. Die nächste Legende, um dies gehen soll, ist Watson. Wenn man die Vorgeschichte von Watson nicht genau kennt, dann denkt man wahrscheinlich, sie hatte eine fröhliche Kindheit, da sie nach außen immer sehr fröhlich wirkt. Doch leider ist das nicht so. Watsons echter Name lautet Natalie Paquette. Sie ist 22 Jahre alt und stammt wie auch Mirage und Gibreiter von Planeten Solars. Sie ist ein sehr bekanntes Gesicht bei den Apex-Spielen, was jedoch einen anderen Grund hat, als die meisten anderen bekannten Legenden. Sie ist die Tochter des leitenden Elektroingenieurs der Spiele und sah ihn als eine Art Vorbild. Sie hat bereits schon in sehr jungen Jahren an seinen Handbüchern studiert, um ihm so nah wie möglich zu sein. Außerdem hat sie dabei auch ihre Berufung und ihren Traum gefunden. Sie liebte alles, was mit Elektrizität zu tun hat. Sie war in einem Moment völlig abgelenkt und im nächsten völlig konzentriert, aber die Elektrizität weiste ihren Weg. Sie verstand alles rund um dieses Thema und ihr erschien hierbei immer alles logisch, auch wenn es für alle anderen völlig unlogisch war. Sie verschlang jedes Buch zum Thema und wurde dadurch mit nicht einmal 23 Jahren eine derart fähige Ingenieurin, dass ihr der Auftrag erteilt wurde, den modifizierten Ring der Apex-Spiele zu bauen. Zusammen mit ihrem Vater setzte sie sich dann dran. Doch unglücklicherweise verstarb ihr Vater am Tag der Eröffnung und ließ sie völlig alleine zurück. An ihrem tiefsten aller Tiefpunkte wurde sie von einer Gruppe Konkurrenten der Apex-Spiele eingeladen, mit ihnen in die Arena zurückzukehren. Sie versicherten ihr, dass sie dort immer ein Zuhause haben würde. Da Watson nur ihrem Vater und sonst kaum Familie und noch Freunde hatte, entschied sie sich sofort, den Apex-Spielen beizutreten. Seither kämpft sie an der Seite ihrer Freundin der Arena, an deren Bau sie selbst beteiligt war und es gibt wohl keinen anderen Teilnehmer, der die Arena so gut kennt wie Watson selbst. Ihr Vater bleibt jedoch für immer in ihrer Erinnerung und bei jedem Kill hofft Watson, dass er stolz auf sie ist. Die Vorgeschichte der nächsten Legende dreht sich um Krypto. Kryptos echter Name lautet Taijun Park, er ist 31 Jahre alt und stammt vom Planeten Jia. Kryptos Spezialität sind Geheimnisse, sowohl von sich selbst als auch von anderen. Der brillante Hacker und Verschlüsselungsexperte spioniert seine Gegner in der Apex-Arena mit Hilfe seiner Drohne aus, ohne dabei entdeckt werden zu können. Sein wohl größtes Geheimnis ist, dass er bei den Apex-Spielen nach den Leuten suchte, die ihm einen Mord angehängt haben. Er war ein Waisenkind und führte ein Leben in Armut, indem er mit seiner Zielschwester namens Mila Alexander als Computertechniker für das Söldnersyndikat arbeitete. Eines Tages entdeckte Taijun und auch seine Schwester Mila versteckten in den Computersystemen der Apex-Spiele einen Algorithmus, der den Ausgang jedes Matches vorhersagen konnte. Wenn dieser Algorithmus also entschieden hat, dass ein bestimmter Squad oder eine bestimmte Legende gewinnen sollte, dann gewann dieser Squad bzw. die Legende auch. Dies weckte wiederum die Aufmerksamkeit der falschen Leute. Einen Tag nach der Entdeckung verschwand seine Schwester Mila und Krypto musste untertauchen, da er beschuldigt wurde, sie am Morde zu haben. Er hat sich den Apex-Spielen angeschlossen, um sich selbst zu schützen und unentdeckt zu bleiben. Er denkt außerdem, das Rampenlicht sei oft und vor allem in dieser Situation das beste Versteck. Außerdem sagte er einst, er suche nach Gerechtigkeit, doch wieso genau, bleibt noch unbekannt. Die letzte und wahrscheinlich auch umfangreichste Vorgeschichte von heute dreht sich um Revenant. Über Revenants Kindheit, Alter und Name ist leider nicht viel bekannt. Das einzige, was man klar weiß, ist, dass er aus Solars stammt. Außerdem sollte man bei Revenant auf jeden Fall wissen, dass er ein Roboter der sogenannten Simulacrum-Art ist. Ein Simulacrum ist ein Roboter-Soldat mit menschlichem Verstand, die unter anderem von der IMC oder auch von der Front-Time-Milicia eingesetzt werden. Hierbei werden die Gedanken eines Menschen in einem Roboter-Körper hochgeladen. Meistens wurden Simulacrums von der IMC und der Grenz-Miliz an geschätzten Piloten eingesetzt, deren Körper zerstört wurde. Doch bei Revenant gab es einen ganz anderen Zweck. Als Revenant noch ein Mensch war, fand er später in seiner Karriere Arbeit als Auftragsmörder für das Mercenary-Syndikat. Er war ein absolutes Naturtalent in diesem sehr außergewöhnlichen Beruf. Bald war er der Beste, den das Syndikat je bekam, wenn es darum ging, jemanden in den Outlands zu ermorden. Im Jahr 2420 wurde sein Bewusstsein digitalisiert und kurz nach der Realisierung des Projekts auf ein Simulacrum-Körper übertragen. Es ist unklar, unter welchen Umständen er an das Projekt aufgenommen wurde. Sein Gedächtnis wurde blockiert und zusätzliche Protokolle wurden implementiert, um seine Simulacrum-Intelligenz von seiner neuen Identität fernzuhalten. Das Syndikat nutzte sein junges Alter voll aus und nutzte seine Fähigkeiten als Auftragskiller, um für die kommenden Jahre einen extrem guten Auftragskiller beizubehalten. Wenn er während einer Mission einen kritischen Schaden erlitt und sein Körper zu stark beschädigt wurde, bekam Revenant von Hammond Robotics immer und immer wieder einen neuen Körper aufgesetzt. Außerdem löschten sie bei jedem Mal auch erneut seine Erinnerungen, damit er sich auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Im Jahr 2708, also nach fast 300 Jahren als Simulacrum, schloss Revenant einen Vertrag mit Markus Andrade ab. In diesem Vertrag stand, dass er eine Mission bestreiten sollte. Während der Mission erlitt er einige extrem starke Schäden an seinem Gehäuse. Dies verursachte, dass seine Programmierung fehlschlug. Seine Programmierung wurde so gestaltet, dass sie seinen menschlichen Emotionen und Überlegungen ähnelt, um sicherzustellen, dass seine Fähigkeiten nicht beeinträchtigt werden. Die plötzliche Aussetzung all seiner blockierten Erinnerungen an all seine Verletzungen und Todesfälle verursachte ihm schweres Leid. Als er sich später erholt und von seinen digitalen Zwängen befreit war, suchte er Rache am Syndikat und Hammond Robotics für das Leid, das sie ihm mit seiner Zwangsknechtschaft zugefügt hatten. In den folgenden Jahren jagte und tötete er gnadenlos jeden, der für Hammond Robotics arbeitete und nutzte auch den anhaltenden Krieg als Vorwand. Inzwischen lernte er etwas über seine Programmierung und was ihm in all den Jahren angetan wurde. Im Jahre 2733 wird der fünfmalige Champion der Hyperfighting Federation, James McCormick, aka Forge, gesponsert von Hammond Robotics, zum neuesten Eintrag für die vierte Staffel der Apex-Spieler anernt. Eine Woche vor Beginn der neuen Staffel hatte McCormick ein Live-Interview zu seiner Teilnahme bei OTV. Während der Sendung schlich sich Revenant ins Studio und ermordete ihn, bevor die Sendung gekürzt wurde. Später am Nachmittag wurde in einer OTV-Presse-Mitteilung bestätigt, dass McCormick von einem unbekannten Angreifer angegriffen und am Tatort für tot erklärt wurde. Die Veranstalter der Apex-Spiele waren daraufhin stark überfordert und hatten Angst, keine Legende für die neue Season bereit zu haben, weil es ein absolutes Drama gewesen wäre. Somit überzeugten sie Revenant. Am nächsten Tag gab dann auch das Syndikat offiziell bekannt, dass das Simulacrum Revenant an den Apex-Spielen teilnehmen würde und den kürzlich verstorbenen James McCormick ersetzen würde. Revenant ist heute bei den Apex-Spielen, da er dort erstens viele andere Legenden töten kann und er dort zweitens eine bessere Möglichkeit hat, an weitere Hammond-Mitarbeiter zu kommen, um sie zu töten. So, und das waren die Vorgeschichten von Octane, Watson, Krypto und Revenant. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Bei manchen Legenden gibt es noch mehr zu ihrer Geschichte. Es gibt beispielsweise einen ziemlich umfangreichen Zusammenhang zwischen Revenant und Lova, Watson und Krypto oder vielleicht auch ein paar Storys, die während der Apex-Spiele entstanden sind. Aber alles, was nicht zur Vorgeschichte gehört, werde ich später in einem separaten Video machen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne oben rechts auf die Infokarte klicken und euch noch den vorherigen, also den zweiten Teil der Vorgeschichten von allen Legenden anschauen. Dort ging es um Wave, Bangalore, Mirage und Caustic. Wenn ihr diesen Teil schon gesehen haben solltet, dann könnt ihr gerne mal auf diese Infokarte oben rechts klicken. Dort findet ihr alle Apex-Geschichten, über die ich bisher so geredet habe und darunter gehört die Geschichte aller Erbstücke, den Geschichtsverlauf von Season 0 bis 8 und ein paar andere kleine Sachen. Die Links dazu findet ihr, wie gesagt, oben rechts in der Infokarte oder auch unten in der Videobeschreibung. Aber gut, ich habe jetzt auf jeden Fall alles gesagt. Das war es dann, wie gesagt, soweit auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr mich auf jeden Fall gerne mit einer Bewertung oder mit einem Kommentar wissen. Und außerdem kannst du auch, falls es noch nicht getan hat, jetzt auch noch gerne kostenlos abonnieren, denn hier kommt jeden Tag ein Video zu Apex Legends hoch. Also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber gut, somit bedanke ich mich recht herzlich fürs zu Ende schauen des Videos und hoffe somit, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht es gut, bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal!